Kommen wir noch gerne Jo leute was geht herzlich willkommen zu einer Folge wer bin ich oder auch YouTuber raten oder wie auch immer auf jeden Fall ich habe mir einen Kumpel geschnappt der ist heute auch dabei sag Hallo alles klar alles klar Digga Digga ich bin auch dabei heute er ist auch dabei bin ich auch dabei Ja auf jeden Fall wir haben uns jeden YouTuber rausgesucht jetzt machen wir wer bin ich bla bla Wer fängt an mit Fragen Ja ich hoffe der Big Mac King vergisst es nicht die Bilder einzublenden von dem YouTuber Wahrscheinlich vergisst es nicht alles klar Okay ich habe jemanden Ich auch Wer fängt an Ja fang du an Okay der mit dem größeren Schwanz Ähm Äh ja Nein Also Bin ich eine Ja nein also Es sind nur YouTuber Genau Deutsche YouTuber Was Deutsch Deutsch Nein ich weiß nicht Ähm Bin ich männlich? Ja Nice Ähm Habe ich über eine Million eine Million Abonnenten Nö Hast du nicht Digger bin ich der Big Mac King? Mö Ja erkannt alles klar Nicht? Ne leider nicht Tut mir leid Ah Ah fuck Okay du bist der Alles klar ich bin dran Ähm Bin ich weiblich? Nein Nein Nö telling Mai Bin ich wohnhaft in Köln? Boah, Dicke, Alter, was soll ich das wissen? Die YouTube-Wiki Alles klar, nee, der wohnt leider halt nicht in Köln, tut mir leid Wo dann? Weiß ich zu Hause, Alter Okay, also du bist drin Also, ich bin männlich, ne? Ja Ich bin nur eine Person auf diesem Channel Ja Alles klar Über 500.000 Abonnenten Dicke, ich weiß nicht, ich muss nachschauen Bastard Dicke, meine Eltern sind verheiratet Das ist keine Beleidigung, nur wenn jemand gerade zäunt Grüße an den Supporter von Timesgebot Ja, hat über 500.000 Über 500 Über 600 Ja, ist scheiße, ja, hatte Alles klar, ich frage er noch Ähm Also, es ist ein bisschen top, bist alleine Ähm, macht er Comedy-Videos Ja, das wäre jetzt Ansichtssache, oder? Ja, Ansichtssache, alles klar Ja, ich finde schon, ich finde schon, du findest auch Alles klar, ich auch, kenne ich die Person Ja, aber Alles klar Ähm Nein Echt nicht? Mach diese Person Let's Plays Was? Was soll sonst ein Gamer machen? Gameplays Commentaries Ja, er macht Let's Plays Ähm Ist dieser YouTuber Ähm Macht er hauptsächlich Minecraft? Ähm Ja Habe ich Dreadlocks? Nein, hast du nicht Okay, dann bin ich schon mal nicht umgespielt Echt nicht? Okay Okay Alles klar Ähm Wo wollen wir Oh nein, umgespielt seid ihr über eine Million, Mann Stimmt, Alter Und ist ein Typ, ist kein Typ mehr Ähm Wohne ich alleine? Ich glaube nicht Also mit der Familie Ah, das wäre ja Bastard Wo nicht allein Nein, aha Ähm Also Ähm Spiel ich Auch noch GTA 5? Oh Ich glaube ja Sage ich öfters mal Geilos in Video Nein Okay Dann ist Big Mac King wieder dran Alles klar Bin ich unter 20? Das ist eine sehr kritische Frage Wenn nicht, dann gerade an der Grenze Aber ich schau kurz nach Alles klar Also, der YouTuber ist über 20 Jahre alt Die Frage war, ob er unter 20 ist, du Bastard Nein, du bist ein Bastard Ich bin dran Alles klar Alles klar, Digga Ähm Ähm Eben, ich habe unter eine Million Abonnenten Genau Mache ich deutsche Videos, deutschsprachige Videos Wir haben gesagt, wir nehmen nur Deutsch, also ja Hä? Wir haben gesagt, wir nehmen nur deutsche YouTuber, also von daher ja Digga, kennst du die deutschen YouTuber, die Englisch sprechen? Oder die behinderten Schweizer, die Hochdeutsch sprechen? Kenne ich keine Also, ähm Ähm Bin ich Bin ich, bin ich, bin ich Ähm Mach ich ein normales, oder hatte ich ein normales Minecraft Let's Play gemacht? Boah, keine Ahnung, Alter Ja, okay, ja Nicht so eine wichtige Frage, wie man sagt, das ist noch nicht Ähm Habe ich über 500.000 Abonnenten? Ja Habe ich schon mal ein Video mit Dina gemacht? Ich gehe mal schwer davon aus, nicht Nee Okay Also, ähm Mache ich Gaming Videos? Nein Warte mal Ähm Boah, die Fragen werden schwierig Ähm Bin ich durch, durch Minecraft bekannt geworden? Ja Habe ich beim Megaprojekt mitgemacht? Ich glaube nicht Ich weiß es aber nicht Also, bin ich erst nachher bekannt geworden? Ich google kurz Also, nie, ich glaube nicht, dass er da dabei war Okay, okay Ähm Dann bin ich wieder dabei, dran, Dings Da, fuck Ähm Warte Ich weiß Ich weiß, wer ich bin Warte mal Äh, ich hab so keine Ahnung grad, ne Ja Wund ich in Berlin? Ich weiß es Ähm Nein, nein, nein Ich weiß doch nicht, wer ich bin Ja, alles klar Ja Ich hab gedacht, ich wäre Revinside Aber Doch nicht Nee, das hat noch nie was mit Dena gemacht, ne? Ja eben Und das ist wohl auch ganz sicher nicht in Köln Ähm Bin Ah War ich dabei auf dem Nordtrip Nö Von Dena? Nee, war es nicht Fuck Fuck Ähm Ja, nachher machen wir Tipps, wenn's nicht weiter geht Ja, ist das, Digga Äh, weiter, 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 weiter Boah, was gibt's denn noch, Alter? Habe ich eine Freundin, die auch auf Youtube aktiv ist? Nein Alter, Mama Ah, also machen wir Tipps, ich geb dir einen Tipp Ja Du wohnst in Süd-, also Süddeutschland Süddeutschland Genau, in dieser Stadt, wo er wohnt, war ich letztens Alles klar Warte, 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 warte Du hast, also du hast Nein gesagt, eigentlich komm ich jetzt dran Ja, stimmt Also du gibst mir einen Tipp Ähm Einen Tipp Äh, was soll ich denn sagen? Was halt nicht so auffällig ist Ja, hab ich auch gedacht, ja Ähm Hm Was wär'n da angemessen? Oh ne, ist ja alles viel zu auffällig, Mann Ja, vielleicht mit wem ich will, was mach' oder so Ne, ne, da weißt du direkt Ne, ne, ja Doch, auf jeden Fall Also kenn' ich die Person hundertprozentig? Ich geh schwer davon aus Ja, das ist aber nicht hundertprozentig Ja, wenn du die deutsche Let's Players-Szene ein bisschen kennst, dann solltest du den kennen, ja Okay Aber ich weiß grad nicht, was ich dir für einen Tipp geben soll Was halt denn nicht so eindeutig ist für ihn Habe ich ein Bart? Ne Ich muss aber noch einen Tipp geben Ja, überleg dir einfach, aber frag's wieder zu deiner Person Alles klar Ähm Also komm, du weißt Süddeutschland, du weißt deine Stadt, wo ich letztens war Weiß ich nicht, Digga Weißt du nicht? Ne, Alter Ich war am Samstag dort Ja, was war das? Ich hab's dir vor zwei Stunden gesagt Und dort kommen vielleicht drei, vier berühmte YouTuber her Ich würd mich erst jucken, wo du warst Digga, ja Was hat's für Städte in Süddeutschland? Ja, so München oder so, keine Ahnung Oder Stuttgart Genau Was? Ach sooo Ach so, komm jetzt Ach sooo Jetzt ist nicht mehr schwer Ähm Du hast keine Ahnung Nein Also Du bist nicht in Scope, oder? Hä, du musst fragen ob ich in Scope bin Ja Ja Bin ich in Scope? Nein Alter Maul Ähm Also hast du jetzt einen Tipp? Stimmt, ein Tipp für dich Ähm Okay, aus der, ich würd mal sagen, bekanntesten Ähm Projekt oder so, was er gemacht hat Ja Eine richtige Figur heißt Norbert Norbert? Norbert Keine Ahnung, Mann Ist dieses Projekt Minecraft? Ja Digga, ich kenn diese Person safe nicht, Mann Also jetzt muss ich fragen, oder? Oder du? Was, warte ich mal? Ich hab, ich hab gefragt Ja, nein ich, Mann Weil ja, Minecraft Projekt Ja, okay Ja, okay Ähm Digga Ah Hat diese Person etwas Naja Hat diese Person schon mal was mit Awive HD gemacht? Oh Ja, dann nichts Ja Wenn's nicht klar ist Ich glaube nicht, nee Ich glaube nicht, nee Okay, okay 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 Ja Ähm Bin ich mit Inscope befreundet? Ja, ich würd schon sagen, ja Bin ich Sascha Unsympathisch? Ja, Mann Alles klar, Digga Der Big Mac war der unsympathisch, Stefan Läuft auf jeden Fall Also jetzt musst du mir Tipps raushusteln, bis ich's auch hab Alles klar, ähm Ähm Ja, ich sag mal Kunterbund Digga, ich kenn den nicht Als ob du den nicht kennst Kunterbund Ungefähr 650 Karten auf dem Ende Was ist Kunterbund? Ein Projekt von ihm Ja, dann geh ich, dass es bei Youtube geht Nee, der Fressel machst du nicht Haha Nein, mach ich nicht Mach ich nicht Ähm Ma Ja, Digga Ähm Mach ich Mach ich was mit berühmten Youtubers so? Nee, machst du was mit dem Österreicher zusammen? Bin ich wenig Kraft? Nee Kennst du Warte, mein Skin ist ein Enderman Ja Ja Achso, der Skin von dem Typen da Also mein Skin Genau Ey, keine Ahnung, keine Ahnung, gib mir Tipps Kennst du Chaosfloh44? Nein Als ob du den auch nicht kennst Nein, den kenn ich nicht Ja, Junge, mit dem macht er immer was zusammen Ja, fuck, Mann Als ob du den nicht kennst Ja, keine Ahnung, von früher vielleicht Ähm Das Lidl-Projekt Digga, keine Ahnung Lidlwasser, Junge Keine Ahnung Ähm, was gibt's sonst? Bin ich, bin ich ähm Bin ich diesen Typ von German Let's Play? Was dieser Typ von German Let's Play? Du wirst nicht gehe Dieser Behinderte, Eiterboile Let's Play Nee, 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 nee Du bist ein ganz normaler Typ Äh, du heißt Du heißt Roman Digga, keine Ahnung, keine Ahnung Dein Ernst? Ja, Mann Soll ich dir sagen? Ja Kennst du nicht Arasul HD? Digga, noch nie gehört, Mann Scheiß Ernst Arasul HD Hä? Bist du behindert, Alter? Nein, Mann, wie heißt der, Mann? Arasul HD Arasul HD Arasul HD Arasul HD Arasul HD Digga, ich schau nicht so... Also, ich schau nicht so... Ja, ich schau den auch nicht, aber... 640.000 Abonnenten Ja, Digga, nein, Mann Digga, was ist los? Ja, dann hab ich wohl gewonnen Ja, okay Mit unfairen Mitteln Ja, ich hab gehackt Ich mach nichts mal Clickbot aus... Ich melde dich Alles klar, Report ist draußen Ich würde mal sagen, ich hoffe natürlich Leute, euch hat die Kacke hier gefallen Lasst doch gerne eine Bewertung da Und abonniert meinen Kanal Nee Ja, vielleicht verlinke ich ihn, wenn er das will, ich glaub er nicht Ich glaub schon Er macht seit wie... warte, wie lange hast du Kacke wieder mehr gemacht? Seit 2014 Alles klar, Digga Ja Leute, ich hoffe euch hat's gefallen Wir sehen uns gerne wieder morgen um 18 Uhr Haut rein Leute und Ciao! Peace Leute!